Ein Spiel von Rareware, welches Nintendo präsentiert und ich über alles liebe, Donkey Kong Country. Ja, nachdem wir Donkey Kong Country Returns von 2010 bereits mit 200% und mit Mühe und Not epischen Skill und epischen Fail geschafft haben und Donkey Kong 64 von 1999 mit unserem Skill und den Freakouts überrannt haben, kommt nun der allererste Teil der Donkey Kong Country Serie von 1994. Didi kann weiter springen und schneller laufen, Donkey. Naja, was kannst du, Donkey? Joa, was ist nicht so? An sich ist das Level übrigens sehr, sehr einfach. Vor allem, wenn man es ohne diesen blöden Drecksfrosch macht. Ähm, aber mit ist es jetzt auch nicht so schwierig. Aber man muss wirklich zu... What the fuck? Oder nein, nein, es ist... WTF? Wo? Ah, ich seh's! Ist das nicht Skill, Leute? Haha! Wie geil, das hab ich auch noch nie geschafft, sowas. Wo ist er, ey? Auf jeden Fall und... Da ist er! Ha! Good job! Nein! Naja, dann wird er Sau mal im LP untergebracht. Hehehe. Boah, er lebt noch, geil! Du bist doch ein Spast! Nein! Expresso! Mache ich es legal durch. Yay! auf jeden fall ja es war wirklich ich sage legal donkey kong auch doch ich versuchte auch die ganze zeit direkt nach rechts und nicht so schräg zu machen stimmt das kann man schon machen aber wenn man ehrlich ist ist das auch quatsch nicht wahr gnaughty wo du hast den gegen treffer erzielen können ich habe gefehlt gegen gnaughty alter dafür gehöre ich kastriert dass wir den rest lebend überstehen aber letzten endes gewinne ich und nur ich und damit habe ich meine vorgabe erfüllt vier fails gab es vielleicht fünf ich weiß es nicht aber auf jeden fall keine sechs und damit ist mein persönliches ziel erreicht du beeindruckst mich aber wie wäre es wenn du überhaupt nicht wählst das nächste mal krank ich sag dir was halt die fresse in tiefer dankbarkeit an die kodierung hat klapptrapp gemacht die charaktere hat kruscher gemacht kunst kriter konzept klump kommando king k ja